Christian Anderser, 29 zu 29, ein Punkt in Erlangen, der sich wahrscheinlich nicht gut anfühlt, oder? Nein, das war ein Schwierkampf. Ich finde, wir hatten ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit und auch nicht viel Parade. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir zusammen Abwehr und Torhüter gespielt. Dann haben wir eine drei-Tore-Führung. Ich glaube, es sind fünf Minuten seit dem Endspiel. Ich glaube, dass ich und immer Spieler sind sehr unzufrieden mit nur einem Punkt, wenn wir eine Führung mit drei Toren haben. Kurz nach dem Spiel fällt es wahrscheinlich schwer, aber hast du schon eine Erklärung, warum in den letzten fünf Minuten nichts mehr geklappt hat? Ja, das muss ich auch auf Video sehen. Aber ja, wir hatten den Führung und ich finde, wir haben Kontrolle über das Spiel. Aber dann kommt der schnellen Gegenstoss gegen uns und dann ist das Spiel. Nein, der Handball ist ... ... never end. Du musst in der letzten Sekunde kämpfen und in der Klinik kämpfen. Und wir werden in den letzten fünf Minuten nicht genug genug machen. Jetzt sofort das Spiel vergessen und dann voller Fokus auf das nächste schwere Auswärtsspiel in Hannover. Am Donnerstag schon? Ja, das ist die Schönheit über das Spiel. Wir können jetzt unzufrieden sein und dann müssen wir morgen für Donnerstag beginnen und zwei Punkte gegen Hannover. Andreas Palica 29 zu 29 hier beim HC Erlangen Spiel mit ganz unterschiedlichen Phasen. Am Ende nur ein Punkt tut schon weh, oder? Ja, also wir sind in die Kabine gegangen nach der ersten Halbzeit mit dem Wissen, dass wir Torhüter eigentlich nichts gehalten haben. Wir haben viel mehr zu holen in der Abwehr überhaupt gehabt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann hingekriegt, finde ich. Wir sind dann zu unserem Spiel gekommen mit ein bisschen Laufen und so. Wir haben dann viele sieben Meter geholt über die Kette da in der Mitte in den Angriff. Das war schon schön zu sehen und mit 29, 26 hatten wir das Spiel eigentlich voll im Griff. Aber wir haben das wirklich von alleine heute verspielt. Wir, keine Ahnung, versuchen lange Angriffe zu machen da, eine lange Zeit und verlieren dann irgendwie unser Konzept, finde ich. Wir verlieren dann eigentlich fünf, sechs sehr leichte Bälle und laden die zum Gegenstoß ein in der Schlussphase. Und ja, das darf natürlich nicht auf diesem Niveau passieren. Hut ab für Erlangen, die kämpfen bis zum Ende. Also ich glaube, vier mit drei Toren, zweieinhalb Minuten vor Schluss. Und da sind wir gut genug, um das im Hafen zu bringen, sozusagen. Also das müssen wir machen können. So ja, als Antwort auf deine Frage, ich bin sehr enttäuscht, weil ich finde, wir hätten hier mit der zweiten Halbzeit in Rücksicht verdient gewinnen können. Aber jetzt hat wirklich Erlangen verdient einen Punkt geholt. Wie geht man mit so einem verlorenen Punkt um? Schaut man auf die positiven Sachen, dass ihr euch eben stark steigen konntet nach der Halbzeit? Also jetzt gerade ist schwierig, schwierig positiv daran anzuschauen, weil ich vom Gefühl habe, dass wir das verloren haben. Also den Punkt. Man kann aber deutlich auch sagen, dass von uns im Tor der Abwehr allgemein war eine riesige Steigerung. Wir kamen auf unser normales Niveau in der zweiten Halbzeit. Das war schon viel besser. Und wir haben dann dadurch unser Spiel gefunden. Also wir müssen halt eine harte Deckung und ein gutes Torhüterspiel haben, um Erfolg zu haben. Der Angriff war eigentlich stabil. Das ganze Spiel, wir schießen 29 Tore. Dazu machen wir ein paar zu viele Fehler, aber das gehört zu einem Handball. Und leider waren viele von denen zu Ende.